Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Mittwoch. Heute ist der gammeligste Tag überhaupt, weil es nur am Regnen ist. Ja, es ist nur am Regnen. Ich habe übel fettige Haare, wie ihr sehen könnt. Bitte nicht beachten. Ich hab das. Es ging mir heute Morgen überhaupt nicht gut. Ich hatte mega Kopfschmerzen und ich war eigentlich schon seit 6 Uhr wach. War dann auch wach, bin dann aber liegen geblieben und nochmal eingeschlafen. Und danach ging es mir total schlimm. Ich konnte meine Augen nicht offen halten. Es ging mir richtig schlecht irgendwie. Ich konnte auch nicht mal aufstehen. Mir tat irgendwie mein Rücken weh und es war ganz komisch. Und jetzt haben wir vorhin was gegessen. Wir haben jetzt die letzten beiden Folgen von Shameless geguckt, die bei Sky online sind. Von der sechsten Staffel. Es gibt ja auch eine siebte Staffel schon. Die müssen wir dann mal schauen, wie wir die gucken. Ob es die vielleicht bei Netflix gibt oder so. Bis wir Laptop haben und dann ist es besser. Weil Kunk hast es voll verzögert und scheiße. Da müssen wir mal gucken. Ja, genau. Oder kann man nicht einfach übers Tablet gucken und dann Screen Mirror gedöhnt machen? Ich glaube, es geht nicht mit dem Fernseher. Es geht nur über YouTube, ne? Ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Olli macht jetzt die Katzenklos und wird dann zocken. Ne, wird dann zocken und ich werde mich wieder ins Bett stellen und meine Serie weiterschauen, die ich vorhin angefangen habe. Also die Folge. Heute ist echt ein ganz schlimmer Tag irgendwie. Ich habe keine Lust zu irgendwas. Also wirklich gar nichts. Ich habe noch nicht mal Lust, an den PC zu gehen und mein Video für Freitag zu schneiden. Ähm, ich muss eigentlich noch meine Videos schneiden für die kommenden Tage und so. Obwohl das für morgen ist, glaube ich, auch noch geschnitten. Ach, ist irgendwie ein echt komischer Tag. Und mir geht es heute einfach echt nicht gut. Und, ähm, ich habe schon eine Schmerztablette genommen wegen meinen krassen Kopfschmerzen. Ähm, ja, manchmal hat man sowas ja einfach, ne? So, ich melde mir auch mal. Melanie ist wieder wach. Oder ist wieder teilweise wach. Da ging es ja nicht so gut heute. Ja, hat ein bisschen geschlafen, sehr gut geguckt. Und ich habe gezackt. Wir werden jetzt Essen machen. Es gibt, äh, Wraps, Chili con carne da. Jo, und dann gehen wir ganz danach duschen. Also erstmal Essen machen, Essen, Duschen und so weiter. Es ist auch nicht viel passiert. Es hat den ganzen Tag geregnet. Okay, jetzt ist es vielleicht eine Stunde trocken oder so maximal. Den ganzen Tag geregnet. Und dann hat man auch keine Lust überhaupt irgendwas zu machen. Dann gehen wir jetzt viel nach. Also erstmal Essen machen. Und dann gehen wir jetzt. Dann gehen wir bitte ganz, sehr gut. Und dann gehen wir jetzt wieder. Dann gehen wir jetzt. Dann gehen wir jetzt. Und dann gehen wir jetzt hin. Wir sind jetzt fertig mit Essen machen, es sieht jetzt nicht spekulär gerade aus, weil zu, lecker lecker, fertig, rumgemanscht, alles klar, ich habe Hunger, wir werden jetzt essen, gucken, vielleicht Serie gucken, wir haben gerade den Chromecast noch rausgesucht, weil Shameless gibt es leider nicht, ich glaube, das war jetzt die siebte Staffel gibt es nicht bei Sky, deswegen, ja, müssen wir dann über Chromecast oder so gucken, halt über Internet, wir würden ja jetzt ein Laptop einfach anschließen, aber wir haben ja keinen mehr, also wird das anders, ich sehe total wüste aus auf dem Kopf, geil, ja, wir haben jetzt gegessen und haben über Chromecast und unsere Serie auf dem Film sehr weiter geschaut, weil die siebte Staffel gibt es ja bei, ja, ja, okay, ja, wir werden jetzt duschen gehen, ich werde meine Haare waschen und ja, dann werde ich auch schon bald ins Bett gehen, ich meine, ich habe den ganzen Tag echt, ich habe hier gelegen, habe auf dem Tablet Fernsehen geguckt, also nicht Fernsehen, sondern Serie, ich war total fertig den ganzen Tag, ich weiß nicht warum, also ich habe eigentlich, ich bin die ganze Zeit immer wieder zwischendurch eingeschlafen und so, total wirsch, aber egal, ist halt jetzt heute so und wir gehen jetzt erstmal duschen. So ihr Hübschen, wir warten jetzt auch duschen, Haare sind auch wieder gemacht. Ihr Lieben, tut mir leid, dass heute echt nicht viel war, aber es ging mir echt nicht gut, ich habe nur geschlafen, dafür bin ich jetzt einigermaßen wach, aber ich hoffe, es legt sich gleich wieder, dass ich dann auch ein bisschen schlafen kann, heute Nacht noch, morgen muss ich ja wieder arbeiten. Ja, an dieser Stelle, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert sehr gerne meinen Kanal und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Tschüss!